Hallo, hallo zusammen, ihr Lieben! Wir befinden uns jetzt in der Stadt Chengdu. Was gibt's denn in Chengdu? Das bekannteste Essen ist... Hotpot! Genau! Ich hab voll Bock auf Hotpot, das ist ja unglaublich. Und ganz viele Deutsche wissen gar nicht, wie scharf das eigentlich ist. Heute geht es nicht nur um das Essen, sondern auch um... Die Kultur! Und auch die Tradition. Schön, Jumama! Ja, Feuertaub! Okay, dann lass rein! Ja, rein gehen! Oh, und jetzt bin ich voll gespannt, ey! Alles steht hier auf dem Tisch und ich glaub, die meisten Deutschen haben das meiste noch nicht wirklich gesehen oder definitiv nicht gegessen. Weil alles, was hier auf dem Tisch ist, sind Innereien. Genau! Aber lass uns mal vom Hotpot anfangen. Mhm. Aus was ist hier denn gemacht? Sieht sehr, sieht sehr scharf aus, ne? Sehr, sehr scharf. Ich denke auch, und dieser... Sieht so scharf aus, kannst du sagen? Ja! Super scharf! Ich hab keine Ahnung. Lass es uns einfach mal versuchen, würde ich sagen. Let's go! Ihr wisst ja alle, eine Kuh hat sieben verschiedene Bäuche oder Magen. Und das ist der erste Magen der Kuh. Und ich würde sagen... Du weißt schon viel! Und das ist das, was ich am meisten liebe. Nennt sich Maudu, ne? Mhm. Und das ist der zweite Magen. Ja, das ist auch Magenform. Okay, das ist auch noch ein paar Sekunden, also so 20, 30 Sekunden. Aber so... So stark. Weil diese Krühe, weißt du, das ist vom Runderfett gekocht. Ja, genau. Deswegen ist dieses Kupfer so sehr, sehr intensiv und so. Okay, und jetzt, was versuchen wir als nächstes? Das kennen, kennst du? Los, was ist es? Erzähl es uns. Ah! Was ist das? Das Gehirn. Das Gehirn? Ja. Ich hab das schon öfters gegessen und das gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Ja, also das kannst du... Hast du das schon probiert? Das kannst du im Ofen tun, das kannst du im Hot Pot tun. Und ja, aber das braucht ein bisschen länger. Aber vom Aussehen her, kannst du das schon vertragen? Ja, ja. Kein Problem? Ja, mein Opa isst auch das Gehirn vom Schwein. Mein Opa kocht das. Wie kochten Sie das dann auf deutsch? In Deutschland? Einfach im Wasser kochen. Wasser kochen? Mit Salz? Ja, wahrscheinlich, ja. Ohne Schmarrn, ja. Aber auch nicht alle. Oh, wir haben's! Oh, endlich! Okay. Ich nehm das mal. Schaut euch das mal an. Das ist das Gehirn vom Schwein und das probieren wir. Die Schaubbürger. Okay, ich nehm jetzt mal die Hälfte von. Ja? Willst du auch eine Hälfte? Los. Oh, wow. Wenn das nicht mal lecker aussieht. Der Geruch? Ganz ehrlich, du riechst ja nicht viel, weil es ist ja alles übertönt von den Chilis. Super, super lecker. Super, super lecker. Eins, zwei, drei. Sehr weich. Ein bisschen mehlig. Ein bisschen wie Tofu. Ein bisschen wie Tofu. Ein bisschen wie Tofu, genau. Wichtig ist, dass ich eine andere Seite. Von mir gesehen. Ja. Aha. Oder der Sitchan Feuerpott. Und ja, lasst uns einfach mal eure Meinung darüber wissen. Und wir essen einfach weiter. Und tschüss. Tschau. Hahaha. ijn